Los! Ihr wollt die Flanken, die Flanken wollen euch! Haahoo, knuddelt die Flagge! Und er übernimmt! Da ist die nächste Punktwertung, sauber! Voilà, da ist die Flagge! Jetzt will er sie sicherlich mehr hergeben! Weitere Punkte eingetütet! Da ist sie! Der hat sie, aber für wie lange! Und wieder Punkte auf der armen Seite! Sie ist da! Jetzt gehen wir, team! Allora! Keiner will nachgeben. Schön geklaut. Geschnappt. Der Wettkampf scheint in einer Sandrasse zu stecken. Diebstahl. Hin und her, hin und her. Langsam wird es etwas langweilig. Und er punktet. Noch eine Flagge. Und er hat sie. Auf der Teil gesackt. Die Flagge wartet darauf, erobert zu werden. Da passt er besser. Gut drauf auf. Weitere Punkte eingefahren. Da ist die Flagge, die nur darauf wartet, von jemandem geschleppt zu werden. Und er hat sie. Für den Moment jedenfalls. Nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Jetzt geht's um die doppelten Punkte. gestohlen. Wir spielen doch hier die Schwarzabredner. Verweigeren. 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 Lassen Sie euch. Er hat's geschafft! Was für eine Fahrt!